Ja Leute, was geht? Kurzes Infovideo. Heute um 20.10 Uhr so rum werden wir für 3 Stunden mindestens hier Resident Evil 5 spielen, weiterspielen, nämlich, wir sind schon ziemlich weit, ich freue mich wenn ihr kommen würdet, genau, mit YouTube wird sich das auf jeden Fall wieder einpegeln, genau, da pegel ich sich das auf jeden Fall wieder ein. Das kann ich schon versprechen, aber wer Lust hat und heute, heute kann man sowieso nicht sehr viel Content, der kann gerne auf Twitch vorbeischauen, warum auf YouTube wenig kommt, ist auch Twitch mit ein Grund, ist einfach so, weil da ja 3 Stunden dann in 3 Twitch investiert werden, aber egal, wir sehen uns um so 20.10 Uhr, 20.15 Uhr so rum, oder 20.05 Uhr, 20.10 Uhr so rum, um Resident Evil 5. 5 weiter zu spielen, nur 3 Stunden und ich bin gespannt und ich hoffe, dass ihr auch dabei seid, wir sehen uns, bis gleich, euer Pirates.